Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge Heile dich durch Liebe und Achtsamkeit, dein Podcast zu deiner persönlichen Reise zu dir selbst. Und ich bin Carmen Breuys und vor drei Jahren habe ich mein Bewege dein Leben Konzept ins Leben gerufen. Ich gestalte Mallorca Reisen, indem du Körper, Geist und Seele hier in einer Woche auf allen Energien entspannst, trainierst und deinen Körper und Seele und deinen Geist in einen unglaublich schönen energetischen Zustand bringst. Ich bin Hypnose-Therapeutin und Coach und verhelfe Menschen, eine bessere Beziehung zu sich zu erreichen, indem die Liebe, die führende Energie ist in dir, sich dadurch deine Welt verändert. Und Personal Trainer bin ich seit über zwölf Jahren im Raum Freiburg und da viele, viele Klienten verhelfen, in einen schmerzfreien Zustand zu kommen, in einen trainierteren, ja wohlfühligeren Körper zu wohnen. Und ja, dieses Leben macht natürlich unglaublich viel Spaß und genau diese Freude und Lebendigkeit möchte ich dir heute mit einer neuen Podcast-Folge ja weitergeben. Denn heute wird die Podcast-Folge richtig, richtig gut. Denn wenn du deine Sichtweise veränderst, obwohl die Situation sich daraufhin überhaupt noch nicht verändert hat, es ist nur deine Sicht, die sich verändert, verändert sich automatisch die Energie dieser Situation. Wir sind uns dessen aber nicht bewusst. Wir sind uns dessen nicht bewusst, was wir für eine Kraft haben, wenn wir nur alleine zwei, drei Momente in unserem Leben, in dieser vielleicht großen Herausforderung, wo du bist, wenn wir diese Sichtweise in zwei, drei Momenten und dadurch einen neuen Gedanken dazu bekommen, der positiv ist, ändert sich automatisch die Problematik und die Schwere dieser Herausforderung. Und ich möchte dir heute gerne ein paar Beispiele geben. Und wenn du diese Beispiele auf dich umlegst, dich mal hinsetzt und sagst, okay, wozu ist diese Situation gerade da und was ist mein Lerneffekt daraus? Weil es ist jeden Tag so. Wir wachen auf und wir haben jeden Tag einen Lerneffekt. Nicht in Druck, nicht wie in Schule, sondern einen Lerneffekt. Du kannst wählen, was du lernen möchtest. Und je mehr du wissbegieriger nach außen gehst, entdeckst du immer mehr deine Lebendigkeit. Und je mehr du in dieser Lebendigkeit lebst, desto wissbegieriger wirst du, weil du willst die Welt entdecken. Da gibt es noch so viel, was wir nicht wissen, was du nicht weißt mit dir. Und letztendlich geht es immer, immer, immer darum, dass du in deine Erfahrung kommst, dass du in deinen, ja, lehrreichen Prozess kommst, wo du richtig, richtig Lust darauf hast. Denn ich denke, wir waren alle in der Schule und wir haben alle genau diesen Moment erlebt, was zu lernen, was uns überhaupt nicht liegt. Und es wurde uns immer gesagt, du musst das lernen, das ist wichtig fürs Leben, aber du hast den Sinn darin nicht erkannt. Und jetzt ist es so, irgendwann kannst du für dich alleine losgehen. Nur dann, dieses alleine losgehen, fällt uns schwer. Weil wir all die Jahre vielleicht immer eben über Druck festgehalten wurden, was zu lernen, was, ja, sich zu erarbeiten. Und das macht schon automatisch schwer. Ich sehe es auch so, dass das Leben nicht eine Arbeit ist, sondern das Leben ist ein Leben, was wir in einer, ja, völlig schönen, positiven Welt von vielen, vielen Wundern da draußen erleben dürfen. Und wenn du anfängst oder du gerade in deinem Leben eine ganz große Herausforderung hast, und das vielleicht deine Aufgabe ist hier, diese Herausforderung zu nutzen. Und das ist oftmals überhaupt nicht sichtbar, was uns das Leben für Momente schenkt. Wir denken, es ist immer gegen uns gerichtet. Vielleicht bist du ein Mensch, der, ja, schon seit vielen, vielen Jahren alleine ist und nicht den richtigen Partner findet. Vielleicht könnte deine Aufgabe und dein Wozu, bin ich gerade Single, was könnte mein Lerneffekt sein? Warum ziehe ich Menschen, Frauen oder Männer an, die, ja, die mir Schaden zu fügen, die nicht gut zu mir sind? Was ist da für ein Lerneffekt daraus? Viele, viele, viele nutzen das immer gegen sich gerichtet. Ich bin nicht liebenswert, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Ich erfahre immer nur schlechte Beziehungen. Dann geht man geschlechterspezifisch in die Wut und sagt, Männer sind blöd, Frauen sind blöd. Das stimmt aber einfach alles nicht. Das stimmt nicht. Klar hast du die Erfahrung gemacht. Aber wenn du dein Wozu nicht erkennst, wenn du dies eher in eine Frage, warum, umlängst, warum erfahre ich das, dann komme ich in diese Opferhaltung rein. Ein Warum ist immer auch, warum muss ich das schon wieder erfahren? Warum kann es nicht mal einfach sein? Ein Wozu ist was ganz anderes. Da gehst du schon ganz anders in die Energie der Frage rein. Ein Wozu ist immer, wozu kann ich es nutzen, damit ich in eine größere Erkenntnis komme. Und zum Beispiel, wenn du immer wieder Partner anziehst, die dir nicht gut tun, oder Partnerin, die nicht gut zu dir sind, indem du in eine schwierige Situation mit dir selbst kommst, könnte es sein, dass das deine Aufgabe ist, irgendeinen Beziehungsprozess mit einer deiner Elternteile zu lösen. Das heißt, hinzuschauen, wie war die Beziehung und die Bindung zu deinem Vater, zu deiner Mutter. Wie haben deine Eltern dir die Liebe beigebracht? Machst du vielleicht das Gleiche oder hast du ähnliche Männer, wie vielleicht dein Vater zu dir war? Kannst du hier das Wozu nutzen, um auf deine Reise zu gehen, zu erkennen, dass du dich von diesem Prozess der Bindung lösen darfst, diese neue Erkenntnis zu machen, dass es auch andere Menschen gibt. Denn nicht alle sind dann so. Nur deine Welt wird so gebildet, dass du denkst, dass alle Männer oder Frauen so sind. Du daraufhin eine Wut entwickelst, dich noch mehr zurückziehst, weniger Vertrauen hast, dich sogar entsozialisierst, nicht mehr weggehst, weil du dieses Vertrauen nicht mehr hast. Und das ist das, was ich dir sagen möchte, das ist einfach nicht richtig. Du erlebst hier keine Freiheit, du erlebst auch hier keine Wunder, sondern du erlebst in deiner Welt, wenn du sie dir so erschaffst, wie deine Herausforderungen sind, wenn du sie dir so erschaffst und diese Identität und diese Rolle annimmst, von ich bin nicht geliebt, ich finde nur Partner, die nicht gut zu mir sind oder Partnerinnen, die mich ausnutzen, wie auch immer, dann hast du dein Wozu noch nicht, diese Frage noch nicht gestellt. Und ich sage dir definitiv, wenn du ein Wozu nutzt und dies in dieser positiven Sicht siehst, okay, Mensch, was könnte ich jetzt daraus lernen? Stell dir wirklich mal die Frage, was sagt mir diese Situation aus? und was könnte ich daraus lernen? Sie schwächt dich, aber aus dieser Schwäche ist ein Lerneffekt. Und zwar ein Lerneffekt, der dich weiterbringt im Leben, der dich mehr zu dir bringt. Und darum geht es. Wir sind hier auf dieser Welt und davon bin ich völlig überzeugt, dass wir den Sinn darin erkennen dürfen, immer mehr zu dir selbst zu kommen. Denn dieser Zustand hattest du, als du Säugling warst, als du klein warst, warst du pure Liebe, du kanntest überhaupt nichts anderes, du bist ausgestattet mit grandiosen Gefühlen und diese Gefühle und es gibt kein Mensch auf dieser Welt, der das nicht erlebt hat. Klar gibt es Unterschiede, das ist in der Tat richtig. Dazu komme ich nachher noch, dass das einfach auch dann die besonderen Herausforderungen sind. Aber du kommst auf diese Welt als grandioses Wunderwerk, pure Liebe, du hast jeden angelacht, ohne Bewertung, als du sechs, sieben, acht, neun Monate alt warst. Du warst im völligen Vertrauen, du hast dich sicher gefühlt. Und diesen Zustand verlernen wir oft in unserem Leben über unsere Erfahrungen, über unsere Eltern, über die Schule, über Freunde, über Partner. Je nachdem, wie bewusst ich im Leben bin. Wenn ich dann das Vertrauen verliere, das ist so die erste Energie, wenn ich dieses wichtige, wichtige Gefühl von Vertrauen verliere, erschaffe ich mir eine Welt, die kontinuierlich genauso gestaltet wird von all den Menschen, die auch kein Vertrauen haben. Das heißt, es ist wie ein Topf von vielen Menschen, die kein Vertrauen haben, die treffen sich logischerweise ständig. Und durch dieses Misstrauen entstehen natürlich Verletzungen. Hurt people, hurt people. Es geht gar nicht anders. Wenn du verletzt bist, verletzt du automatisch andere Menschen. Und dann wirst du wieder verletzt. Das macht dich noch mehr zu. Und du verletzt wiederum andere Menschen. Und das ist ein Kreislauf. Wenn du da keinen Stopp setzt, wird es immer wieder geschehen. Und ich habe für mich erkannt, das ist meine Art und Weise zu denken und zu leben, ich habe für mich erkannt, dass wenn ich pure Liebe war, dann kann das doch nicht der Sinn vom Leben sein, dass ich in Zorn und Wut und innerem Frust und Misstrauen von dieser Welt wieder gehe, wenn ich sterbe. Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Wenn ich in Liebe geboren werde, für einen kurzen Moment das Ganze fühle und dann erlebe ich so vermeintlich mehr Negationen wie Positivität. Das war für mich irgendwann nicht mehr logisch. und dann habe ich für mich erkannt, okay, hey, ich habe so viel üble Dinge erlebt und ich habe das Leben ständig gegen mich gerichtet gesehen. Ich habe nie Liebe erfahren in Kindheit, nie, nie wurde ich herzlich umarmt oder eigentlich liebe dich. Das gab es einfach nicht. Ich war so sehr im Mangel und dennoch war ein Gefühl in mir von Liebe, was mich geleitet hat, dass es das geben muss. Und dieses Gefühl hat mich auf den Weg gebracht. Und jetzt bin ich in diesen Gedanken, dass ich gerne wieder so auch gehen möchte von dieser Welt. Ich möchte gerne in dieser Liebe wieder gehen, aber in einem bewussten Zustand, weil du kamst auf die Welt in einem nicht bewussten Zustand. aber ich möchte gerne bewusst in der Liebe sterben. Irgendwann in 50 Jahren. Und wie komme ich dorthin? Wie komme ich in diese Liebe? Wie komme ich das, indem ich hier sitze in meinem Sessel, wo ich jetzt gerade bin und die Podcast-Folge für dich drehe. Wenn ich sitze und warte, kommt die Liebe nicht. Wenn ich gehe, wenn ich meine Herausforderungen, die ich habe in meinem Leben, nutze, sie in einer Wozu-Frage umwandle und dir wirklich fern von diesem inneren Gefühl von Traurigkeit, Wut, Missgunst, wirklich mal dich kurz davon zu distanzieren, auf die Seite zu gehen und sagen, okay, warum ist das gerade da oder beziehungsweise wozu ist es da? Was kann ich lernen? Und dann erkennst du, dass du dich auf den Weg machst, du Podcast-Folgen hörst, du Online-Programme buchst, du dich mit richtigen Menschen mal unterhältst, vielleicht jeden Tag mal zuhörst, auch vor allem dir, der inneren Stimme mal zuhörst, die gut zu dir ist, nicht die, die nicht gut zu dir ist. Du hast genauso viele guten Stimmen, nur die sind so leise. Du darfst sie wieder lauter machen in dir. Und wenn du dann zuhörst und deinem inneren Gefühl folgst, denn das innere Gefühl, das Bauchgefühl ist immer das richtige Gefühl, dass du mal eine Entscheidung anders triffst, dass du mal sagst, okay, hey, jetzt gehe ich heute mal weg und erlebe einen schönen Abend mit mir und bin einfach mal nicht in dieser Form von Misstrauen oder nicht zu sehr und du tastest dich ganz langsam in diese neue Welt, ganz langsam, Schritt für Schritt, so wie du es verarbeiten kannst, dann wirst du sehen, mit einem einzigen Gedanken, den du jeden Tag negativ weniger denkst, füllt sich das automatisch mit einer Positivität und hast du nur einen einzigen Gedanken am Tag positiv mehr, den du glaubst, den du glauben willst, fühlen willst, dann wird sich dein Leben verändern. So ist es auch. Ich weiß, es klingt völlig paradox, wenn du schwer übergewichtig bist oder generell Übergewicht hast, an dem du wirklich leidest, an dem du das Gefühl hast, du bist so körperlich eingeschränkt, dass du dich auch in der Bewegung nicht mehr gut fühlst, dein Körper müde ist von dem vielen Gewicht. Denk dran, all das, was ich sage, ist nie eine Bewertung, sondern ich will dich in eine Veränderung bringen und zwar positiv. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Übergewicht so schwer ist, dass du schon Schmerzen hast, dass du dich auch nicht mehr in ein Fitnessstudio traust, weil du das Gefühl hast, du wirst bewertet, weil du dich ständig selbst bewertest. Wenn du das Gefühl hast, die Blicke ziehen dich ja nicht aus, aber sie bewerten dich, die du bekommst von anderen, wenn du vielleicht auch gerade irgendwo isst, du die Stimmen anderer Menschen hören könntest, schau die mal an, die isst schon wieder. Das macht einen total innerlich traurig und du bist ja aber nicht das Übergewicht, in dir steckt ja jemand ganz anders oder in dem Übergewicht bist ja du als Mensch, ein wundervoller Mensch und du erkennst es aber noch nicht und das ist deine Herausforderung, das ist dein Wozu. Warum habe ich mir diese Masse angegessen? Warum ist das so? Was ist das, was ist die wichtige Frage? Was nutzt mir dieses Übergewicht? Nutzt es als Schutz? Nutzt es, dass du dich anders im Moment noch nicht fühlen kannst, weil du dich erst richtig gut fühlst, gut in Negation eigentlich, wenn du vielleicht schon Magenschmerzen hast vom Essen. Dein Wozu ist, dass du vielleicht ohnmächtig sogar isst und isst und isst und du das gar nicht erkennst, dass du eigentlich schon längst satt bist und dein Wozu sein kann, hey, hör mal auf dich, hör mal hin. Wie kannst du dich um dich kümmern, damit du dich selbst hören kannst, fühlen kannst, ein Übergewicht, massiv viel Sport, extremes Arbeiten, das sind alles oder sich auch ja hungern, mager, mager, sich mager hungern. Das sind alles extreme Momente, Herausforderungen, in denen man sich ganz arg von sich trennt, in denen man weglaufen möchte von sich. das Wozu könnte sein, warum mache ich das, was ist der Sinn von dem Ganzen, was könnte mir diese Situation sagen, was kann ich lernen daraus? Es ist aus jeder Situation eine andere Sichtweise zu erkennen. Es ist vielleicht deine Aufgabe, dich wieder in einen Zustand zu bringen, wenn du vielleicht übergewichtig bist, zu gucken, okay, wer hatte noch Übergewicht, was ist denn passiert in diesem Leben, warum es mir so geht, warum ich nicht auf mich achte, warum ich in dieser Dauerschleife bin, mich stets selbst so zu behandeln, was könnte die Quintessenz daraus sein, eben wahrscheinlich zur eigenen Liebe zu kommen, denn wenn du das tust, kümmerst du dich automatisch mehr um dich. Deine Herausforderung könnte sein, dich auf deinen Weg zu machen, dich in eine Heilung zu bringen, das, was man dir angetan hat, dir zu transformieren, zu verändern, das ist alles möglich, das ist alles möglich, Schritt für Schritt. Wie ist es denn, wenn du in einer unglücklichen Partnerschaft bist? Deine Herausforderung ist, dass du denkst, du kannst die Familie nicht verlassen, weil die Kinder da sind, Haus neu gebaut oder wie auch immer, finanzielle Engpässe. Du schaffst es nicht, weil du dich finanziell nicht frei fühlst. Das stimmt nicht. Das Geld ist vorhanden, es ist eine Energie. Du musst sie nur anziehen. Du musst und darfst dein Wozu nutzen, dich zu motivieren, zu sagen, stopp, wenn du nicht glücklich bist und du wirklich auch erkennst, okay, hey, dieserjenige, diesejenige ist einfach nicht für mein Leben bestimmt, ich möchte das so nicht mehr. Ist das eine grandiose Entscheidung, die du für dich triffst? Wenn du in Partnerschaften bist, die dir nicht guttun, weil du vielleicht ständig in eine Opferhaltung gebracht wirst und du diese Opferhaltung in deinem Leben kennst, würde dieses Wozu sein, endlich dich da rauszuholen, stopp zu sagen, nein zu sagen, zu erkennen, was für Werte du hast, überhaupt erst mal hinzusitzen, was sind überhaupt Werte, wer bin ich denn überhaupt und schätzt mein anderer, mein Gegenüber, mein Leben und meine Werte, wirst du denn gesehen in Partnerschaft, dann könnte dein Wozu sein, siehst du dich denn überhaupt? Machst du dich abhängig von anderen Menschen? Weil du wie ein Pingpongball Energien hinterher gehst, nur weil du dich selbst in der Energie nicht spürst, das könnte dein Wozu sein. Ich will dir sagen mit dieser Podcast-Folge heute, dass eine Schwäche immer ein Zeichen ist, für ein Wozu, eine Schwäche in dieser Form, dass die Situation dich schwächt, dir Energie zieht, du nicht du selbst bist. Alle Herausforderungen, die du hast in deinem Leben, sind Momente, die dir was sagen möchten. Nur wir haben gelernt, nicht hinzuschauen. Wir haben gelernt, diese Herausforderung gegen uns gerichtet zu sehen. Und das Universum denkt sich, okay, diejenige will Mangel haben, davon gibt es genug, kann ich dir gerne senden. Dann bekommst du immer wieder Situationen, ich habe oft Menschen, die sagen, ja, ja, das Leben ist so gegen mich. Und ich sage, nein, das ist es nicht. Das Leben ist nicht gegen dich, das stimmt nicht. Es ist die Sichtweise, die du hast, die gegen dich ist. Und dann kommt auch alles gegen dich. Dann siehst du jede Rechnung, jedes, jede, ja, jedes Wort gegen dich gerichtet. Du siehst die andere Welt nicht. Das ist es. Und das könnte die Message sein, du siehst die andere Welt nicht. Die Welt, die nämlich nicht so ist. Und diese erste Welt entdeckst du immer erst in dir. Dieses Wozu ist so eine Chance, dein Leben neu zu schreiben, dass alles, was an schlimmen Situationen waren, ob ein Trauma, ob du Verlust erlebt hast. Auch finanziell vielleicht bankrott, indem du vielleicht schwer übergewichtig bist und dich seit Jahren in so einem ganz großen Mantel festhältst. Hey, es geht darum, diese Lebendigkeit zurückzuholen. Du hast so eine wahnsinnige Kraft und Entscheidungsfreiheit in dir. es ist unglaublich, was in dir an Leben ist. Und ja, wenn du dich entscheidest, in der Liebe gelebt beziehungsweise geboren zu werden und dann diese ganzen ständigen Bewertungen, Anmaßungen, Druck, den du bekommen hast, dich immer mehr zurückzuziehen. Immer mehr, immer mehr. Und wenn du entscheidest, dass das dein Leben ist, dann wird es so sein. Dann wirst du so auch gehen. Dann wirst du so auch von dieser Welt gehen. Und du kommst wieder, bis du zu deiner Erkenntnis kommst. Und ja, wir sind alle hier so krass unterschiedlich. Es gibt nur einmal dich auf dieser Welt. Und ja, es gibt Menschen, die sind erfolgreich. Und ja, es gibt Menschen, die spirituell sind, die die Liebe entdeckt haben, die sich auf ihren Weg gemacht haben. Und ja, ich kann dir sagen, die Liebe zu entdecken, das zuzulassen hat, ganz, ganz viel mit Mut zu tun. Mit Mut, sich überhaupt dazu zu entscheiden. Weil wir ja die Erkenntnis und die Erfahrung gemacht haben, diese vermeintliche Erfahrung gemacht haben, die Liebe ist nur schmerzhaft. Wenn ich die zulasse, werde ich immer verletzt. Aber das stimmt ja nicht. Es treffen sich die Menschen, die die gleiche Erfahrung vielleicht gemacht haben, wie du. und wenn du dich mit jemandem triffst, der auch verletzt war oder ist, dann kann daraus meistens nur eine weitere Verletzung entstehen. Außer, und das ist das Besondere an diesem Wozu, dass beide erkennen, in diesem wichtigen inneren Verstand, dass ihr so nicht leben möchtet, dass ihr beide in einen ganz grandiosen Wachstum kommen möchtet. Jeder geht hierzu auf seine Reise. Das ist ja eh so, egal, ob du in Partnerschaft bist oder nicht, egal, ob du Kinder hast oder nicht, egal, ob du Single bist oder nicht. Es ist jeden Tag eine neue Chance, um diese Reise zu gehen, diese neue Welt zu entdecken. Dann macht Leben Spaß. Dann macht Leben grandios viel Spaß. Verstehst du, was ich meine? Diese Podcast-Folge heute soll dir aufzeigen, dass du eine andere Sichtweise, eine neue Bewertung, andere Sätze, andere Worte zu deiner Situation dir stellst. Setze dich hin, das ist mein Tipp für dich heute. Wenn du eine große Herausforderung hast, die dich wahnsinnig beschäftigt, die dich in Unruhe bringt, in Wut, in Zorn, die dich festhält in einem Gefängnis, ob du jetzt jemand bist, der starke Schmerzen hat, ob du jemand bist, der lange Single ist und frustriert, ob du eine ganz schlimme Arbeitsstelle hast, in dem du vielleicht auch Mobbing fühlst, in dem du in einer Partnerschaft bist, in dem du ständig in diese Opferrolle gebracht wirst, nicht gesehen wirst, in dem du unaufgelöste Familiensituationen hast, in dem du schwer übergewichtig bist und voller Schmerzen und voller Frust, egal was, egal was, oder finanziell einfach total im Tief unten bist, setze dich hin mit einem Blatt Papier und schreibe dir in der Überschrift hin, wozu dient mir diese Situation, wozu dient mir diese große Herausforderung, schreibe dir hin in Emotionen, was fühlst du gerade, stichpunktartig oder in Sätzen, Unruhe, Unzufriedenheit, Unzufriedenheit, Wut, Traurigkeit, Hilflosigkeit, Ohnmacht, aufgeben wollen, Rückzug, ich fühle mich wie im Gefängnis, schreibe dir als nächstes Gefühl hin, was wünschst du dir wirklich, ich wünsche mir Freiheit, Gelassenheit, Freude, was wünschst du dir für dein Leben, ich will gesehen werden, ich wünsche mir Liebe, ich wünsche mir Glück, ich wünsche mir Sicherheit, ich wünsche mir Verbundenheit, was wünschst du dir für dich? Das ist das, was ganz viele Menschen nicht mehr beantworten können. Wenn sie zu mir in Hypnose kommen, ist das oftmals ganz arg schwierig, weil sie diesen Zugang nicht mehr haben, mir was wünschen, das funktioniert ja eh nicht. Doch, wenn du es dir nicht vorstellen vermagst, ist es auch natürlich schwierig. Aber stell es dir vor, du könntest es dir wünschen und es würde geschehen. Und die nächste Rubrik ist, schau mal, ob du dir selbst all das geben kannst, diese Wünsche. Kannst du dir Liebe geben, kannst du dir Glück geben, kannst du dir Zufriedenheit geben, kannst du dir Sicherheit geben, kannst du dir Verbundenheit geben, dir selbst, nicht über jemand anderen, dir selbst. Wenn du das mit einem Nein beantworten kannst, weißt du, was dein Wozu ist. Dein Wozu ist, dich dorthin zu bringen, was dein Wunschgefühl ist. Wie kommst du nun in dieses Wunschgefühl rein, von Glück oder Verbundenheit? Wenn du in der ersten Rubrik schaust, was deine Gefühle sind, die Unruhe, Unzufriedenheit, und deine Herausforderung ist, deine Herausforderung ist, vielleicht unglückliche Partnerschaft oder Arbeitsstelle, die dich nicht glücklich macht. dann könnte dein Wozu sein, dieser ganzen Frust da oben, das, was du als Unzufriedenheit im Prinzip aufgeschrieben hast, deine ganzen Worte, wie du dich fühlst, gerade in der Situation, was die Situation mit dir auch macht, wie sie dich verändert, dass genau das Gegengesetzte deine Aufgabe ist. So, das ist alles über den Verstand. Das ist mir jetzt schon auch klar, wie kommst du da hin? Du kommst nur hin, wenn du dir jeden Tag vornimmst, ein Stück von deinem Wunschgefühl zu leben und wenn auch nur in einem Atemzug. Es geht nie darum, dass du glücklich sein kannst oder du sagst, du möchtest glücklich sein, du möchtest Zufriedenheit, du möchtest Verbundenheit, irgendein Wort. Das funktioniert natürlich nicht am Anfang, zu sagen, okay, heute lebe ich glücklich und du bist dann acht Stunden von diesem Tag glücklich. Das geht nicht. Wir erleben jeden Tag, auch ich, unterschiedliche Gefühlssituationen. Nur ist es wichtig, dass du dich von diesen negativen Gefühlen nicht leiten lässt, weil diese Gefühle nicht echt sind. Sie sind zwar in dir und du fühlst sie, aber sie sind nicht echt. Das sind vermeintlich gemachte Gefühle, die du in dir irgendwann mal als wahr angenommen hast, aber sie sind nicht echt. Das bist auch nicht du. Du bist nicht Wut, du bist nicht Traurigkeit, du lebst die Gefühle, nur aus. Das bist du aber nicht. Verstehst du, was ich meine? Das ist ein Riesenunterschied. Du bist Glück, Liebe, Vertrauen. Das ist das, wie du geboren wurdest. Und im Laufe deiner Zeit über diese Erfahrung hast du eben die anderen Gefühle als wahr empfunden, aber das bist du nicht. Höre Podcast-Folgen an zu diesem Thema. Wie kann ich glücklich werden? Fange an, deine Themen aufzuräumen. Wieso werde ich vielleicht gemobbt von meinem Chef? Also was bedeutet Mobbing? Das bedeutet, dass der andere ein Riesenproblem hat. Er selbst Opfer war in seiner Kindheit und er deswegen zum Täter wurde und du bekommst sein Tätersein ab. Weil du vielleicht irgendwann mal in deinem Leben, in deiner Kindheit, erfahren hast, dass du nicht liebenswert bist. Oder du denkst, du bist es nicht. Natürlich bist du liebenswert. Sprich, du hast die Rolle übernommen, ich bin nicht liebenswert. Dein Chef hat die Rolle übernommen. Ich war in meiner Kindheit immer Opfer. Jetzt werde ich zum Täter, wie meine Eltern Täter waren. Und dann treffen sich zwei Pole, die sich angezogen haben. Und das ist super wichtig, super, super wichtig. Jetzt spielt gerade meine Katze nebendran. Es ist super wichtig, dass du erkennst, dass du, wenn du eine andere Sichtweise hast, diese Sichtweise für dich zu nutzen ist. Diese Sichtweise für dich da ist, um ein anderes Gefühl zu bekommen, für dich einzustehen. Und dann passiert Grandioses in deinem Leben. Denn eines möchte ich dir noch sagen. Ich bin mir so sicher, wenn du anfängst, dir zuzuhören, dass du alle Stimmen, alle Gefühle in diesen richtigen Momenten für dich erfahren konntest. Vielleicht musstest du diese Arbeitsstelle annehmen und hast aber schon am Anfang angemerkt, dass dieser Chef nicht gut zu dir ist, sehr dominant. Du schon mit deiner Rolle identifiziert warst, aber du musstest diese Arbeitsstelle annehmen, so dachtest du. Und hast eigentlich gedacht, oh nee, lieber nicht. Und du musstest aber und hast dann Ja gesagt. das heißt, du hast nicht darauf gehört. Du hast nicht gehört, was deine innere Stimme sagt. Wir alle kriegen diese Momente, wir kriegen sie alle geliefert, alle, alle, alle. Auch ich habe mehrfach nicht hingehört, ich habe mehrfach nicht hingeschaut. Ich habe Entscheidungen getroffen, die gegen die Situation waren, wie mein Gefühl war. Ich hätte Entscheidungen treffen sollen, die für mich waren, aber ich habe mich nicht getraut und habe deshalb eine Erfahrung gemacht, die mir nicht gut getan hat. Und jetzt höre ich auf mein Bauchgefühl, ich höre und vertraue dem Leben. Ich fühle in mich hinein und da das Leben mich liebt und ich das Leben liebe, sind wir ein gutes Team. Ich habe mir versprochen und geschworen, nie wieder Menschen zu begegnen oder in mein Leben zu lassen, die mir nicht gut tun. Und wenn, dann haben sie einen Sinn. und diesen Sinn erkenne ich als Leere, als liebevolle Leere. Das Leben will mir sagen, wie ich noch näher zu mir komme, wie ich noch mehr den Bezug zu mir bekomme. Denn mein Ziel ist ja, oder meine Erkenntnis, wir sind in Liebe geboren und ich möchte in Liebe wieder gehen. Also ist es klar, dass das Universum mir verschiedene Situationen schickt. Aber wenn du einmal in der Liebe unterwegs bist, dann bekommst du immer mehr Wunder. Du suchst schon förmlich danach. Es ist wie so, wenn du Pilze suchen gehst. Die kleinsten Pilze, die siehst du und das ist so grandios. Die kleinsten Wunder erkennst du, das ist einfach wahnsinnig, wie schön dieses Leben da draußen ist. Und hätte ich nicht die andere Welt erfahren, hätte ich nicht erfahren, wie es ist, misshandelt zu werden, missbraucht zu werden und nie geliebt gut zu sein. Würde ich nicht hier sitzen und dir genau das erzählen, dass es möglich ist, sich in eine andere Energie zu bringen. Es ist möglich, sich in eine andere Energie zu bringen, wenn du anfängst zu dir gut zu sein, wenn du anfängst deiner inneren guten Stimme zu hören, zuzuhören, dir zuzuhören, dir Zeit zu schenken, dir den Blick zu senden, dich anzuschauen, denn all das, was du bist im Außen, all das, was du erlebst im Außen, wie man dich in eine Rolle bringt, das bist nicht du. Du bist jemand ganz besonderes, du bist jemand ganz besonderes, du bist auf dieser Welt und hast das Leben geschenkt bekommen, aus einem ganz bestimmten Grund, damit du dein Wozu findest und ja, manchmal sendet uns das Universum ganz seltsame Situationen, die wir nicht verstehen, die wir immer nur gegen uns gerichtet sehen, weil wir uns nach Glück sehnen, nach Ankommen sehnen. Und dann stellen wir uns in richtigen Momenten die falsche Frage, warum ist das Leben gegen mich, aber das stimmt einfach nicht. Das Leben ist nie gegen dich. Finde dein Wozu warum du hier bist. Schau wie deine Sichtweise der Dinge, wie sie sehen, was für eine Brille du auf hast, wie du die Dinge sehen kannst, ob du mit Wut reagierst, ob du mit Liebe reagierst. Und gehe los und entdecke dein Leben, entdecke dein wozu. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag mit ganz vielen Wundern und ich finde es grandios, dass es dich gibt.